Jetzt ist alles so pink Das meiste kommt da durchs Trainieren Deswegen Obwohl ich jetzt in letzter Zeit nicht trainiert hab Nachdem ich Erika erledigt hatte Jetzt hast du Snyder Psychokinesis versucht Hypnos zu erlernen Warum willst du mir mal beibringen? Ach komm, Konter kann wieder weg Das bringt eh nix Nur weil ein Gegner angreift Erstmal gegen die Leute auf dem Fahrradweg kämpfen Dass ich Kohle krieg Ja ich brauch das Geld Brauchst du das Geld? Stell dich an den Straßenrand Hier gibt's Hyperbälle Nice Und wenn man die Straße weiter geht Also die Fahrradweg Wenn du danach Weiß ich nicht wohin kommst wo die Safarizone ist Hast du Erika grad schon besiegt? Ja grad, klar Sicher Ja Ja da unten ist Kogat's Arena Ja auch schon auf dem Weg da runter gehört KP Plus Ja komm Ich bin hier grad nur noch ein bisschen unterwegs Weil Ähm Mal ganz kurz die Liste öffnen Weil Die Pokémon bei Kogat zwischen 37 und 43 sind Okay Ich hab's einfach Ich kann damit einfach mit Totok durchrennen Ja Weil ich Wasser als Vendem hab Das ist geil Wasser als Vendem? Ja Wasser als Vendem? Wasser Pokémon als Vendem Achso meinst du jetzt Na ja Da wo wir auswählen Oder wo das sich dann ausgewählt hat Bei Vendem Wo wir dann Vendem bekommen haben Ja Das ist die letzte Video was wir da gemacht haben Ne? 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 Uauuuuhh uhuuuah uauauuauuuub Ach wir können noch ein bisschen hier trainieren die ganze Straße entlang fiä Komm ja Bin jetzt auf drei Fahrradweg lang? Na Bin mit schon längst vorbei weii Ich steig Ich geh jetzt noch ein bisschen weiter Und klatsche ein paar Dinger weg Da muss die da nach Rat nicht weggehen Ich trainiere gerade da beim Fahrradweg du ich habe Tor Total Level 60 Du bist so behindert ja was denn übertreibst du eigentlich ich muss ich habe meine parts mit den original pokémon ja schon vorher gehabt also habe ich tuk-tuk einfach genommen bis dahin durchgerastet werde ich auf jeder renne dann hat der wird durchgeklatscht level 61 jawoll so muss das sein hätte hätte fahrradkette zu spät naja er will ich mal das hat länger dauert wie er es fangen müssen und ein pikachu kopf habe ich nur nicht gemacht wird kein reich so jetzt muss ich mal nicht alles schlecht 38 40 auch keine p mehr ich habe keine p mehr das ist gar nicht kommt guten tag die herrschäften hier aber noch eine hydropumpe haben wir für euch und was hat gesagt wenn ich bin es wenn man oder mein ohr mein ohr das kratzt wie viele minuten haben wir schon 28 27 ungefähr 26 wegen deiner aufnahmefelder ok 27 glurak ist 39 dann kommen wir noch ein bisschen gluak jetzt gehen wir wieder fix zurück so ging die attacke jetzt daneben bevor du sie nicht alles deine schuld flash warum gehen die attacke jetzt schon wieder vorbei wo du schlicht bist ach ja man musste einmal in die safari zone rein ja ich glaube da gab es gab es in der surf oder so ja man muss da erstmal hin finden das ist so was war da ja und vor allem da erstmal hinzukommen ohne dass die zeit vergeht ist so richtig kacke da war ja was ist mir gerade so eingefallen ich gehe mal nicht ja kaum für 500 pass auf dann habe ich kein geld mehr ob also schon vor zu kobe gehen oder nicht da hast du noch nichts fertig gemacht doch aber ich gehe da nicht rein ich will es den surfer haben ja wie ging der weg denn noch mal hier oh nein das kann ich doch mit wie nur weiter was hier du kannst keine weiteren items zeigen ich hau dich gleich übrigens alter geh mir auf den sack damit du kannst du gar nicht so viel mittragen wie du eigentlich mithaben willst ne kannst du auch nicht mondsteine ja was soll ich damit was passiert gegen den muss ich kämpfen pokémonflöte so ne verarsch hier und könnte jetzt es ist mich jetzt lang gelaufen natürlich doch ist gerade in der safari zone ja weil eigentlich haben wir zeit in nennen wir können noch ein bisschen kann noch ein bisschen meinte auch nicht ob ich jetzt nicht mitnehmen wollte ablegen ablegen nebulak ablegen keins mehr also hypno taubos garandos glurak weißt du fang ich gerade erstmal pokémon nach pokémon hier ein so nicht reingegangen wollte ich gar nicht sicher bitte bitte sei das sei das bitte dieses ding hier endlich du bist der erste versteckt ausgefunden hat ich kann keine weiteren items mittragen super hey also willst du mich verarschen hier benutzen hier geht mir jetzt scheiß das ding ja auch vm3 surfer so soll das ich habe surfer meinetwegen können wir beenden gut dann tue ich so lange surfer einsetzen ja ich habe es geschafft ne weißt du glaube ich eine gewisse schritte die du einsetzen kannst nur ja aber schwimmen gehört ja auch dazu ja dann haben wir mal schädelwumme weg so das erste schon mal da lab was kann auch surfer so würde ich mal sagen speicher ich hier bis zum nächsten mal bei der pokémon-challenge mit den flash mit centos tschüss